Musik Heute bin ich in Jott wie Jessen und spreche zum Thema Kinder- und Jugendpolitik. Die SPD setzt darauf, dass alle Menschen von Anfang an gleiche Chancen haben. Sie sollen gleiche Chancen haben, ihr Potenzial zu entwickeln. Egal ob in Jessen, Wittenberg, Hamburg oder München. Frühkindliche Bildung ist dabei ganz entscheidend. Mit ihrer Stimme am 22. September werde ich deshalb dafür kämpfen, dass der Bund sich stärker bei der Verbesserung der Kindertagesstätten einsetzt. Und auch die Qualität der Bildungsinhalte erhöht. Der Zufall des Wohnorts sowie die Höhe der Kita-Gebühren darf nicht über die Bildungschancen unserer Kinder entscheiden. Um Chancengleicher zu erreichen, muss langfristig eine Gebührenfreiheit eingeführt werden. Als Ihr Bundestagsabgeordneter möchte ich mich ebenfalls dafür einsetzen, dass endlich die Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden. Alle Gesetzgebungen sollen umfassend und ständig dahingehend überprüft werden, inwieweit die Vorgaben der UN-Kinderrechtskonventionen eingehalten werden. Unterstützen Sie mich dabei! Wählen Sie mich am 22. September für unsere Region in den Deutschen Bundestag. Wenn Sie möchten, begleiten Sie mich weiter durch unseren Wahlkreis und meine Themen.